In Excel lässt sich auch die UNIX-Zeit der POSIX-Standard darstellen. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Zeit-Tutorial. Nachgefragt wurde von René, ob man ein normales Datum in ein UNIX-POSIX-Zeit-Stempel umwandeln kann. Klar kann man das. Ich hoffe nur, ich mache das hier richtig. Ich habe zwar früher an der Solaris gearbeitet, aber ja, wie ist das Ganze aufgebaut? Ab dem 01.01.1970, 0 Uhr, wird gemessen, jede Sekunde weiter. Ohne Schaltsekunden wird einfach weitergezählt, also 01.01.1970 als Zeitbasis. Und zum Beispiel hier am 27.09.1970, 09.35 Uhr, hatten wir bereits 23.276.100 Sekunden verbracht. So, wie kann man das Ganze ausrechnen? Nehmen wir mal hier so ein Klassiker, 05.11.1985. Man kann rechnen natürlich, dass man einfach vom hohen Wert den anderen Wert abzieht, den kleineren, 01.01.1970. Dann bekommt man hier die glatte Zahl. Das sind jetzt hier 500 Millionen. Und ja, das ist einfach nur formatiert. Ich klicke mal drauf, STRG 1. Das ist formatiert, eckige Klammer auf S und S und dann eckige Klammer zu. So ist das formatiert hier, die Zelle, benutzerdefiniertes Zahlenformat. Und die Formel, die daneben steht, ist einfach nur diese beiden Werte voneinander abziehen. Das ist aber in Wirklichkeit, wenn ich nochmal auf diese Zahl referenziere und dort das Format wegnehme, ich drücke mal STRG, schreibe, das ist 6. Das sind 5787 Tage nach dem 01.01.1970. Das ist in Wirklichkeit nur die Tageszahl und da hinten der Bruchteil des Tages. Also das ist noch nicht die Zahl 500 Millionen. Aber das kann man auch darstellen. Dafür nimmt man wieder die Differenz, die Differenz dieser beiden Werte, multipliziert diese aber einmal mit 24 Stunden, mit 60 Minuten und mit 60 Sekunden pro Minute. Und dann bekomme ich ebenfalls 500 Millionen, aber diesmal als ganze Zahl raus. Das heißt, hier die Formel zeigt die Differenz auch wieder in Tagen. Aber diesmal multipliziert halt mit den Einheiten des Tages, den Stunden, den Minuten und den Sekunden. So, das Ganze lässt sich auch hexadezimal darstellen. Da ist mir allerdings etwas aufgefallen. Es gibt eine Funktion hex, ne, dez in hex. Da kann man das hexadezimal darstellen. Und dann nehme ich mal diesen Wert hier. Und ja, lass ihn mal auf 8 Stellen anzeigen. Dieser Wert ist um einen zu klein hier hinten. Da müsste eigentlich 6500 stehen. 6500. Also muss ich nochmal reingehen hier und plus 1 rechnen. Dann habe ich da 6500, wer sich mit hexadezimal Zahlen auskennt. Rückverwandelt. 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 Hupser. Ich zeige mir die Formel daneben an. Formel Text. Rückverwandelt kann man auch mit hex in dets. Kann man so einen Wert auch wieder in eine Uhrzeit verwandeln. Muss dann noch hinten den 01.01.1970 dazu addieren. Auf diesem Wert, ne, um das Ganze zu überprüfen. Ich habe das Ganze geprüft und gecheckt mit der Webseite hier Wikipedia. Die Unix-Seite. Ich kopiere das mal in meinen Standardbrowser. So, die Seite baut auf. Ich ziehe das Ganze mal nach rechts. Na, nach rechts. Jetzt halt die Browser neben, äh, die Fenster nebeneinander. Und da sehe ich dann auch, hupser, muss auch rüberklicken. Dann sehe ich dann auch hier in so einer Referenztabelle, dass der Wert 500.001dcd6500 entspricht. Also dieser Wert hier entspricht diesem Zahlenwert hier. Oder aber auch mal testweise, äh, eingegeben, ähm, ich kann das ja mal rückrechnen, indem ich hier einfach eintrage 50.00000. Das ist der 13.12.2012, 11.01 und 20 Sekunden. Also hingeklickt und die Formel mal kurz überschrieben. 50.00000.00. Da sehe ich, das ist der 13.07.2012, 11.01 und 20 Sekunden. Also hier habe ich diese Korrektur um 1 vorgenommen. Das hier ist der Hexadezimalzahlenwert. Ja, und damit passt das dann auch. Die Darstellung, die Darstellung dieser, ja, Sekunden hier, dieser POSIX-Zeit ist bei 32-Bit-Systemen bis zum Jahr 2038 möglich. Dann steht hier nämlich 8 mal das F, danach gibt es hier nichts mehr. Und ja, von daher, wir haben noch ein bisschen was davon. Ich hoffe, dem René hier geholfen zu haben. Ich freue mich auf Feedback. Hier noch kurz die Formel angezeigt. Das Ganze ist auch in der Übungsdatei E843 oder E844 dann hier auf einem Blatt zu finden. Ja, danke für die Frage und bis zum nächsten Video.